Nominiert in der Kategorie Trendsetter Unternehmen, Gastronomie und Hotellerie sind Haus Hirt, Alpines Hotel und Spa. Das Vier-Sterne-Hotel Haus Hirt vereint Wellness und Naturerfahrung in einem modernen und gleichzeitig historischen Ambiente. Die Gäste erwartet nicht nur eine hauseigene Thermalquelle und ein umfassendes Spa- und Yoga-Programm, sondern auch eine erstklassige Küche, die ökologische Speisen aus regionalen Produkten anbietet. Haus Hirt beweist, dass bei dem anhaltenden Wellness- und Gesundheitstrend ökologische und regionale Qualität einfach dazugehören. Herausragende nachhaltige Hotellerie in einer wunderschönen Lage und alten Kulturlandschaft. Mit grünem Strom aus der hauseigenen 20-Kilowatt-Photovoltaikanlage, einem Netzwerk aus regionalen Zulieferern und einer hochwertigen kulinarischen Vielfalt biologischer Rohwaren beweist der engagierte Familienbetrieb auf herausragende Weise, wie vieles, was ein Hotel zukunftsfähig macht, miteinander verbunden werden kann. Damit ist Hotel Muchele ein Good-Practice-Beispiel zukunftsweisender Hotellerie. Die Mensa der Landesfinanzschule NRW. Vollwertige Ernährung, attraktive Speisepläne, hochmoderne Küchentechnik und eine gute Gästekommunikation. Die Mensa der Landesfinanzschule NRW mit täglich 900 Essensgästen vereint ökologische und gesundheitliche Nahrungsmittelqualität. Mit dem Siegel Job & Fit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und der Bio-Zertifizierung zählt sie zu den attraktivsten Einrichtungen der Gemeinschaftsgastronomie in Deutschland und ist ein Vorbild für viele andere öffentliche Einrichtungen.